Leider ist Federica schon schüchtern geworden. Man kann sie noch sehr gut anfassen, aber sie kennt es nicht. Ich mach's mal kurz ein bisschen sauber. So kann man sie wirklich noch gut, aber sie ist wirklich schon schüchtern. Sie kommt nicht von alleine. Hier braucht man jetzt Menschen mit Hundeerfahrung. Süße. Das ist eine ganz ganz süße Hündin. Aber sie brauchen jetzt wirklich positiven Input mit Menschen. Ganz toll machst du das. Ganz toll.